Der Schneeberg ist ein niederösterreichisches Juwel, das Besucher zu jeder Jahreszeit anzieht. Wachen Sie mit uns einen Frühlingsausflug durch diese wunderschöne Gegend. Der Schneeberg ist mit über 2000 Metern der höchste Berg in Niederösterreich. Gemeinsam mit der 13 Kilometer südwestlich gelegenen Racks ist der Schneeberg einer der Wiener Hausberge und an klaren Tagen von Wien aus, das sind 65 Kilometer Luftlinie, gut zu erkennen und auch vom Neusiedlersee oder dem ungarischen Schopron aus. Der Schneeberg und seine umliegenden Gebiete sind an schönen Tagen beliebte Familienausflugsziele und werden unter dem Begriff Schneebergland zusammengefasst. Die Region mit und um die Hohe Wand, den Mürerfällen und die Johannesbachklamm werden hier hinzugezählt. Auch für Kletterfans ist der Schneeberg eine gern besuchte Destination. Als Ausgangspunkt für viele Bergsteiger und Wanderer dient die Marktgemeinde Puchberg am Schneeberg. Der Kurort zählt zwar nur knapp 2700 Einwohner, ist aber mit über 83 Quadratkilometern eine der flächenmäßig größten Gemeinden Niederösterreichs. Zum Gemeindegebiet zählt auch das Klosterwappen, der Hauptgipfel des Schneebergs, welcher gleichzeitig der höchste Punkt Niederösterreichs ist. Puchberg ist dank der Doppelsaison eine der bestbesuchten Gemeinden in Ostösterreich. ach Bis zum nächsten Mal.